Also raus hier, obwohl wir eigentlich gar nicht raus müssen. Wir können einfach das nicht machen, wenn wir nicht genau zwei Punkte haben. Okay, schlafen. Mist. Nein, du bist nicht Mist. Mit einem Grund, warum wir unbedingt Experte werden müssen. Bei Wassermagie, damit wir uns die Stadt aussuchen, wo wir uns hin porten. So, nach Mist kommen wir jetzt auch nicht ganz so einfach. Kann man am anderen Tag wieder? Kann man am anderen Tag wieder? Was? Wie, wo? Nein! Spreng! Wenn ich da jetzt nicht rumzauber, dann... Ja, schießt mich doch mit Feuerwehren wach. Ist okay. Minho! Wie kamen wir noch nach Mist von Iron Fist? Du magisches Auge, du Schwäche heilen dich selbst. Weil wir müssen die Mädels da umbringen, sonst machen die durchgehend Ärger. So, also rundenbasierend. So, Nummer eins. Kaputt. Zwei. Kaputt. Die ist so halb im Wasser drin. Ich habe den Verdacht, dass... Und nicht sie abschießen. Liebe Talana. Liebe Meren. Liebe Le. Na also. So, und ihr beiden noch. Da kann ich aber ziemlich rumballern, wie ich will. Dann werde ich keinen treffen. So, alle kaputt. Zing. Zing. Oh, 200 Gold. Will man nicht meckern. So. Essen. Ordentlich schlafen. Das haben wir sich verdient. Jetzt gucken wir, ob ein Boot kommt. Und wenn nicht, dann... Ne, wir können nicht mit einem... Was? Wow. Hey, 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 hey. Wasserwandeln. Wir sind nicht auf... Es ist ein gemeingefährlicher Steg. Alles morsch hier. Einen anderen Tag. Vier Tage bis Mist. Na also. So. Zuallererst. Meister Wassermagie. Da geht nichts dran rum. Damit wir endlich ein bisschen mehr Freiheit haben, was die Bewegung angeht. Und nicht von diesen doch sehr kuriosen Schiffskapitän abhängig sind. Meister Meditation sind wir schon alle. Meister der Wassermagie. Viertausend Gold. Meister Luftmagie dauert noch. Meister der Feuermagie. Viertausend Gold. Gut. Du mach jetzt mal was richtig Tolles. Drei bis vier Kälte. Schaden. Ist besser als was du hast. Trotzdem erhält man davon noch ganz gerne mehr. Also das muss identifiziert werden. Tarotkarten können ruhig zu ihm. Was ist das für ein Schlüssel? Kistenschlüssel. Ah ja. Das war die Kiste aus den Heilen des Feuerlords. Wo wir nicht wissen wo. Das kann alles weg. Das ist nicht besonders viel. Aber das können wir auch verkaufen. In dem Rathaus war hier nichts. Level up. Haben wir drei Stück? Aber ich glaube das Gold wird nicht reichen. Achso. 360. Ja okay. Das reicht doch noch. So. Level 28 schon. Okay. Ganz schön flott. So. Nächster Schritt bei dir wäre Luftmagie. Für billigeres Fliegen. Für Implosion vor allem später. Und für Sternregen. Ist irgendwas für dich wichtiger? Speer solltest du auf Experte bringen. Bums. Wo solltest du eigentlich auf Meister bringen? Du bist auch ein Nahkämpfer. Also Kette auch hoch. Und ja. Ziemlich viel was bei dir gesteigert werden müsste. Fallen. Fallen wahrscheinlich auch. Obwohl das erstmal auf Meister bringen. Ne. Die sieben Punkte behauen wir uns erstmal auf. So. Bei dir. Du bist Feuer sehr sehr hoch. Meditation. Brauchst du jetzt auch wieder. Da sie jetzt hier auch im Spruch hat. Ja wirklich viel kostet. Das haben wir eben gerade bei den Wehrwölfen gesehen. Da brutzelt sie ein bisschen rum. Und schon ist es alles alle. Also Meditation. Steigern. Du musst eh alles steigern. Wobei Licht wichtiger ist. Also auch sparen. So. Du kannst wieder versaubern. Nächster Schwert. Verdoppelt den Schaden gegen Drachen. Das behältst du mal im Inventar. Wir haben da ja noch so einen gewissen Drachen zu töten. Für die Aufgabe um Gerogon auf den nächsten Rang zu bringen. Oder? Oder war das Paladin. Weiß ich gar nicht. Was machst du? Verdoppelt den Schaden gegen den Mohn. Nächster Schwert für Gerogon. Richtig schöne Schwertsammlung. Du brauchst allerdings Meisterrang. Erstmal ein Schwert. Und dann müssen wir uns noch ordentlich ab Axt suchen. Wir haben ganz schön wenig Gold. Warte mal. Das können wir vielleicht ändern. Indem wir irgendwas. Qualität ist nicht hoch genug. Das mit dem Gold können wir eventuell ändern. Indem wir was ganz toll verzaubern. Die müssten auf jeden Fall verzauberbar sein. Achso. Du bist größer als die anderen. Okay. Du hast Knochen. Das kann weg. Machen wir kurz einen Tripp zum Kinkerlitzchen laden. Der wäre ich hier. Du verzaubern. Das da. Chaos hat bloß 6. Das müsste weg können. Oder was hast du an Umhang Amulett? Chaos hat bloß 12. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. So. 5000 Gold. Du verzaubern. Wusch, wusch, wusch. Zauberpunkte plus 10. Was hast du? Glück plus 8. Wie viele Zauberpunkte hast du? 80. Ja, nee. Da ist das, glaube ich, langsam besser. Glück plus 8. Ja. Wie viel Glück hast du denn? 23. Nee, das würde ich eigentlich ganz gerne behalten. Primär, falls wir irgendwann eine Herausforderung haben für Glück. Oder wo wir auf jeden Fall Beute machen wollen. Dann wird es auch mit Drachen umbringen. Dann sollte auf jeden Fall sie looten. Damit wir eine höhere Chance haben, doppelt zu looten. So, die Knochen können alle mal zu Gerogon. Tüt, 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 tüt. Waffenhändler aufräumen. Weg, 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 weg. Verzaubern. Schöner Ring, der macht. Rüstungsklasse plus 6. Du hast noch viele Ringe frei. Du könntest ein bisschen mehr Rüstungsklasse vertragen. So. Bleibt nur noch das Amulet zum Verzaubern. Oh, da waren auch Knochen dazwischen. Zip, 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 zip. Müssen wir wenigstens versuchen, zwischendurch die Ordnung reinbekommen. So. Sieht da schon fast okay aus. Und wie ich das gerade so sehe. Ich denke, langsam wäre eine gute Zeit für rumexperimentieren, was Trinke angeht. HKA uns selbst in die Luftstriche jagen. Experte des Speers. Experte werden. Sehr gut. Noch irgendwas hier auf Mist? Hast du schon Fliegen? Nein, aber haben wir wohl auch nicht genug Gold für. Blitzstrahl, Blitzstrahl. Kein größeres Buch. Du kannst auch kein Fliegen. Wasser. Verzaubern, verzaubern, verzaubern. Und das ist eh alles nur Basis-Gilde, ja. Also da müssten wir nach Freehaven. Benutzen wir doch zum ersten Mal unser Stadtportal, wie es geplant ist. Nämlich mit einer Auswahl, wo wir hinwollen. Was irre praktisch ist. Also, Freehaven. Und hier war irgendwo eine Luftmagie-Schule. Aufweisen? Nein. Problem ist halt noch mit dem Irgendwo. Hier ist eine Schule. Erde. Erde brauchen wir nicht. Da war Körper oder sowas. Hier ist Luft. Implosion. Ja, genau wegen dem Spruch soll sie eigentlich Luftmagie erhöhen. Sternfeuer haben wir schon. Implosion ist nicht dabei. Quatsch. Fliegen ist nicht dabei. Ich halte, ich halte. Wir haben keine Zauberpunkte mehr mit ihr. Sie braucht unbedingt mehr Zauberpunkte. Das heißt, wir sollten ihre Aufstufung vielleicht im nächsten Mal machen. Whitecap. Whitecap müsste sogar das Gebiet sein, wo ihr Klassenlehrer zu finden ist. Also, derjenige von den Landesherren, die damit beauftragt wurden, die Klassen auszubilden. Das hier ist allerdings nur ein Tempel und nicht die eigentliche Stadt. Oh. Die eigentliche Stadt des Warners. Komm. Talana. Mach mal bitte ganz kurz Schutzefeuer. Danke. So. Umherum. Mach bitte mal ein Auge. Und jetzt sprengt bitte den Haufen Frauen da hinten in die Luft. So. Bye, bye. Dummdi-dum. So. Also, das da ist zwar eine Stadt, aber es ist nicht die Hauptstadt hier aus Whitecap. Kleinen Moment. Frauen sprengen. Hey. Hast dich gerade darüber markiert, dass du die umbringen musstest? Ja. Genau. Also, das ist nicht die Hauptstadt. Es ist einfach nur eine Stadt hier. Aber das ist die falsche Richtung. Also müssen wir der andere Straße folgen. Na gut. Da haben wir jetzt halt fliegen praktisch. Können einfach schnell hinhuschen. Aber so können wir wenigstens gucken, weil vielleicht noch irgendwo Kisten rumliegen. Oder andere Gruppen an Gegnern, die wir töten können. Für primär Gold. Wir brauchen mehr Gold. Also, wir haben jetzt noch nicht mal alle Sprüche von der Luft und Feuer und was weiß ich. Und dann kommen eigentlich ja noch die Schattenzauber und die Lichtzauber und überhaupt, ne? So, ihr seid weg. Die machen noch nicht so viel Schaden. Die Sterne. Weil sie halt nur Experte sind in Luftmagie. Kommen nicht ganz so viele. So. Du. Meteorik. Alle kaputt. So. Meteorik. Wusch. Das ist fast so toll, wie Feuerbälle in Skelette schießen. So. Oh, die sind zu sehr verteilt. Können jetzt mal leben bleiben. Zing, zing, zing. Zing, zing. Zing, zing, zing. Da sind ganz schön viele. Und Kisten. So, warte mal. Oh, okay. Du Feuerregen. Mal gucken, wie viele wir erwischen. Du Sternfeuer. Nicht genug Zauberpunkte. Das könnte uns ein bisschen wehtun, wenn die alle auf uns schießen. Genau. Meteorik. Du greif mal die an, die sich hier uns in den Rücken schleichen will. Au, 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 au. Ja, ja, ja. So. Du, Meteorik. Wusch. Äh, sind da überhaupt noch Ziele? Die sind zu weit weg. Da werden wir gar nicht hinkommen. So. Ja, Zauberpunkte sind fast alle. Bringen wir die zwei Damen hier noch rum. Und schlafen dann lasse ich hier. Ein bisschen Abstand von den anderen. Schlafen, schlafen. Es wird dunkel, oder? Ja. Schlaf, 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 schlaf. So. Du, Auge. Du, Schutz vor Feuer. und looten gehen. Du, mit der Ring. Wusch. Mit, mit, mit. So. Steht ja noch alles hier um dieses komische Gebäude rum. Du, mit der Ring. Uh. Dass sie sich so freuen kann, weil sie eigentlich nur einen Spruch spricht. Hey, das ist ganz schön unfair, was wir hier gerade machen. Aber so ist das halt, wenn man übermächtig wird. Man wird übermächtig. Na, na, na. Au. Na, hat wer überlebt. Komm her. Au, oh, oh, wir sind in. Moment mal, so haben wir nicht gewettet. Sollte ein einseitiger Kampf sein, wo wir nur ein Knopf drücken, die fallen tot um. Genau, ihr da. wir, wir, Vielen Dank.